Die Automechanica 2016 vom 13. bis zum 17. September in Frankfurt ist die wichtigste Leitmesse des Automotive Aftermarket. Unser diesjähriges Motto lautet Discover More. Entdecke mehr. Mehr bedeutet nicht nur, dass unser Messestand mit 1200 Quadratmetern zu einem der größten der Messe gehört. Mehr steht insbesondere für unser Selbstverständnis, die Erwartungen unserer Kunden stets zu übertreffen. Gehen Sie mit uns auf Entdeckungsreise und erleben Sie unsere Gesamtkompetenz im Automotive Aftermarket. Innovative Produktlösungen wie das FAG Smartset sowie die Look Repset 2CT Doppelkupplung helfen den Werkstätten dabei, schnell und kostengünstig zu reparieren. Außerdem präsentieren wir unter der Marke INA unsere Gesamtkompetenz in den vier Schlüsselsystemen des Motors. Darüber hinaus bündelt unsere Marke REPEXPERT unsere Servicekompetenz. Unsere technischen Trainer zeigen live an mehreren Werkbänken, wie schnell und problemlos unsere Reparaturlösungen ein- und auszubauen sind. Seien Sie unser Gast auf der Automechanica 2016. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal.